Jetzt brauchen wir... Haben wir jetzt Akazien und Holzen? Super. So, machen wir hier erstmal... Ups. Und... Nein! So, sind hier vorne Fenster? Ja. Da muss ich nur so machen. Aber hier muss ich komplett so machen. Und dann hier nur zwei. Zudem an der Seite Fenster... Aua! Ich weiß noch nicht, warum ich Aua gesagt habe. Ja, in der Mitte. In der Mitte ist eins. Okay. Jetzt habe ich vergessen zu gucken, ob hinten auch eins ist. Jupp, ein Dreifenster. Jetzt haben wir aber alle Infos. Alle Infos, die wir brauchen. Nein! Aber die Fähigkeiten, diese Infos umzusetzen, nicht. Ähm, da vorne. Okay. So. Und so. Ja. Jetzt wollte ich mal kurz noch ein bisschen Gravel. Falsche Kiste. Äh, da oben. Kies. Nur noch ein paar. Na ja. Kann man hier andern machen. Nee, brauche ich gar nicht. Ich wollte das... Ich glaube, wir werden nochmal Cobblestone holen gehen müssen. Aber nein, wir gehen nicht in eine Höhle. Wir... Keine Ahnung. Keine Ahnung, was wir machen würden. Nein! Sehe ich nicht ein. Weiß ich nicht, warum ich das machen sollte. Okay, wir haben noch ein Cobblestone übrig und 20 Treppen. Ich glaube, wir werden diese... Aufnahmen... Das nochmal. Nein! Ich finde das auf dem Computer schlecht gemacht. Teilweise. Auf der Playstation 3 läuft man an der Geschwindigkeit, wo man Blöcke setzen kann. Und auf dem Computer läufst du an der Geschwindigkeit, wo du... Langsamer zu Blöcke machen kannst. Und das sind jetzt Blöcke falsch. Das hat zwar weniger mit Playstation 3 und Computer zu tun, aber... Nein! Okay, da vorne... Nee, da oben gehen wir hin. Wachst! Oh, ich habe übersteuert, obwohl ich das Mikrofon weit weghalte. Das ist neu. Das wusste ich noch nicht. Nee, Meinschaft Musik trudelt hier wieder durch die Gegend. Diese sehr passende Musik. Passt voll zum Abbau. Wie melancholisch, wie romantisch. Ich baue ab. Dieser Cobblestone, der so lange in der Erde verwahrt wurde. Der so lange in Vergessenheit geraten war. Der ich nun wieder befreit habe. Cobblestone, du verdankst mir dein Leben. Liebe auf den ersten Blick. Na? Oh. Liebe auf den ersten Blick. Nein, wolle eher weniger. Das kann ich mir nicht sehr gut vorstellen. Okay. Ich glaube, wie viele Cobblestone haben. Aber sobald unten die Anzeige volle, also die Anzeige anfängt sich zu füllen, heißt das, wir haben jetzt weg. Ich weiß noch nicht, ob das so schnell passieren wird. Wobei, keine Ahnung. Wir könnten hier dann auch so eine kleine Höhle machen. Guter Gedanke. Oh, die Bäume sind fertig. Juppadi, juppada. Und wir haben einen Stack. Wieder einen Stack. Cobbl. Müssen wir die Bäume gleich abklagen. So ungefähr. Jetzt. Entschuldige, wenn es jetzt etwas länger dauert, aber... Ist nicht mein Problem. Wenn man das mit einer Schere macht, dann kommen da noch keine Saplings raus. Das wäre dann nicht ganz so cool. Wir brauchen nämlich Saplings. Soll ich jetzt wirklich null Saplings rausbekommen? Ach, nichts. 2. Bis jetzt. 3. Noch ein Block? Nö. Und bei dem hier kann man noch abschlagen. So, der ist weg. Dann können wir den noch abschlagen. Und dann ist der Baum auch dem Erdboot gleich gemacht. Okay. Ach, hier ist der Nächste gewachsen. Das ist gut. Muss der Nächste auch schon da hinten weiter gewachsen? Nein, noch nicht. Schade, schade. Lade. Lade. Jetzt machen wir das mal zuerst. Ja. Dann hat er mal ein Garmin. Nichts, außer dass wir jetzt 5 Saplings haben. Wow. 3 Bäume abholzen, dann kriegen wir 5 Saplings. Lunge hat sich jetzt voll gelohnt. Nein, ich mach das nicht um Zeit zu schinden. Wir haben Zeit genug. Oh, wir haben schon 8 Saplings. Aha, schlagen wir den Baum in der Zeit schon mal. Oh, dann können wir jetzt schon anfangen, hier zu verschlagen. Stirb, Baum. Keiner mag dich. Los. Geh weg. 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 Hör auf, du wackelpudding. Labber dich weg. Das sind wahrscheinlich die Schleim. Das ist Hansik. Liniaschleim. Aber wir haben unseren Haschbär schon lange nicht mehr gesehen. Wenn ich mir da gerade so die alten Folgen mal angucke. Ach da. Unser Haschbär fehlt irgendwie. Wo ist der? Ich hab auch schon... Ja. Generell seh ich hier zur Zeit wenig Kreaturen außer du, Schäfchen. Außer dem Schäfchen seh ich niemanden. Außer dem Schäfchen ist niemand, der mich sehen will. Außer dem Schäfchen. Ja, ich geh auf. So, 3. Da. 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 Fertig. Bis abends. Bald. Und dann lass uns schnell hier hingehen. Aha, die 27 sind fertig. Nehmen wir 3. Okay. Gehen wir nochmal kurz. Ähm. So. Haben wir irgendwo ein Crafting Table drin? Ja. Tut so. Äh. Was wollte ich craften? Ach hier. So, das wollte ich nämlich machen. Ähm. Das. Nein. So. Dass wir dann diese hier haben und wir haben wirklich nur... Wieso hat man eine Maus? Ähm. Habe ich gerade nicht verstanden, aber... Habe ich gerade nicht verstanden, aber... Egal. Hat sich anscheinend irgendwas geladen. Während der Aufnahmen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen konntet, denn was hatte die Maus des Lades... Symbol, Symbol. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. So viele merkwürdige Zeichen. Ich verstehe sie nicht. Ich glaube, wir sind jetzt ein zu... Äh. Jep. Neigeul. So fällt man wenigstens nicht runter. Äh. Das sage ich im richtigen Moment. So. Äh. Nicht runterfallen. Danke. Nett. Ah. Nein. Ich sag lieber gar nichts. Aber... Ich weiß nicht, ob ihr das so lustig findet wie ich, wenn ich da runterfalle. Ihr seid... Ihr denkt eher... Oh, du bist ein Schwachkopf. Kann ich mal was bauen, ohne runterzufallen? Kann ich mal auf dem Dach laufen, ohne runterzufallen? Wie macht ihr das, ne? Oh, schon wieder letzte Treppe. Ui. Aua. Das ist nicht sehr nett. Schnell rein. Gute Nacht. Das ist der Mond, liebes Minecraft. Wenn der Mond am Himmel steht, ist es Nacht. Der Mond steht am Himmel. Das ist das Dunkelblaue, was sich dort befindet, da oben. Und wenn dieser Mond da ist, dann heißt es, es ist Nacht. Ha. Minecraft lernt immer wieder was. Aber jetzt... Hör mal schlafen. Ach, schon wieder schlafen. Aber das passt. Mist. Dabei wollte ich doch mal so gerne schlafen. Das hab ich schon wieder verpasst. Ein Elefant, die die Elefanten kommen. Es ist kein Zurück. Es ist kein Zurück. Sie, die alten Tiere, bleiben dort, um die Verwundeten vom Krieg zu verarzten. Und die jungen, kleineren Tiere, kommen als Spion verkleidet, als riesiger Fels verkleidet, in unsere Lande. Wir müssen sie verteidigen, die Lande, vor ihnen, den Elefanten. Wir müssen es tun. Es wird kein anderer Weg vorbei. Wir greifen das Schwert. Loben auf Gott und... Juhu! Los! Nein, Elefant, du tust uns nicht. Aua. Danke. Oh, Herr Elefant. Komm bloß nicht näher. Wir haben noch ein paar Tricks aufs Lager. Ich wollte wieder ein paar Koppels holen. Ach so, das war die Fackel. Okay. Apropos Fackel! Wir müssen da hinten Fackeln anbringen. Hoffentlich spawnt da grad nix. Deshalb laufen wir da schnell mal hin. Sehr schnell. Würde ich sagen. War das hier? So. Jetzt können wir wieder weiter unsere Stones... Unsere Stones farmen. Unsere Cobblestones. Holen. Wie ich vorhin gesagt habe. Ich weiß nicht, warum Minecraft länger zum Hochladen braucht, als Tom Clancy's Ghost Recon. Das ist mir echt ein Rätsel. Aber Skyrim übertrifft bei mir grad bis jetzt alle Rekorde. Keine Ahnung, wie aber Skyrim schafft es wirklich... Ah, das ist cool. Ah, hier hätten wir schon mal was abgeholzt. Genau. Hier hätten wir schon mal was abgegrast. Aha, und das ist genau die Wand. Ach, das trifft sich aber gut. Machen wir hier eine kleine Steinhütte. So wie die Steinzeitmenschen früher. Hauptgesehen davon, dass wir gerade hier in die Toilette rein wollen, wenn... Nicht. Aber wir werden auf jeden Fall hygienischer sein, als die Steinzeitmenschen. Das könnt ihr mir glauben. Das schwöre ich. Obwohl man bei Minecraft nicht hygienisch sein kann. Wie heißt das eigentlich, wenn man Schwur verliert? Schwur verloren. Schwur gebrochen oder was? Schwur gebrochen oder was? Weiß ich echt nicht. Ihr könnt es in die Comments schreiben, wenn ihr es wisst. Ja, weil ich unnötiges Wissen haben will. Los, teilt euer Wissen mit mir. Ich bin so wissenshungrig. Teilt es mit mir. Ich weiß nicht. Weiter. Helft mir. Ja. Helft mir. Wieso wissensürstig? Ich weiß gar nichts. Ja, los. Helft mir. Ja, das reicht jetzt, glaube ich. Auf dem Reden her. Jetzt kann ich erst mal 10 Minuten lang leise sein. Viel zu still. Bleiben wir doch lieber laut. So laut. Das ist übersteuert. Ja, auch immer noch nicht. Nein, ich hab das Mikro nicht weiter weg im Mund gemacht. Und trotzdem übersteuert es nicht, während ich reinrufe. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Vielleicht bin ich ja während der Aufnahme leiser geworden. Wahrscheinlich müsst ihr ja während der Aufnahme die ganze Zeit die Aufnahme regelmäßig durchgängig hochpegeln. Damit ihr mich überhaupt hört. Und jetzt Wallon. Ah, jetzt hab ich übersteuert. Ich weiß nicht, ob man's hört. Aber wo ist denn die Sonne? Da oben. Ich hab noch Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Ähm, äh, äh, danke. So, können wir's einsammeln. So, dann machen wir uns hier jetzt mal einen kleinen Fornatze. Und ich muss gleich die Aufnahme beenden, weil ich meine Schwester höre. Also, oh. Das war's dann wieder mit der Aufnahme. Na, nachdem ich zu Hause bin. Einen Moment. Dauert ein bisschen. Und dann war's das mit der Aufnahme. Und dann, sobald wir wieder oben am Flach sind. Und dann war's das ja auch schon wieder für dieses Mal. Dann kann ich zwei Folgen raushauen mit dieser Aufnahme. Yay. Okay. Okay. Es hört da auf, wo es angefangen hat. So wie letzte Folge. Mit einem unverländeten Haus. Das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Hier bei Let's Play Minecraft. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Enjoy the game mit Darth Marf von Secret Team. Wenn es wieder heißt. Let's Play Minecraft von Darth Marf, zufällig. Okay, genug, das sind der Worte. Ich fress jetzt kurz nochmal, damit ich das dem Zukunft Darth Marf nicht überlassen muss. Okay, und das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.